Es gab sowohl durch Herrn Schilly als auch durch Herrn Weber die klare Aussage, Bundesgelder sind nicht betroffen. Für mich waren die Antworten der Beteiligten nicht genügend. Sie konnten sich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern. Ich habe weiterhin Fragen und ich wünsche mir, dass in späteren Sitzungen, dass auch andere Beteiligte, vor allem voran Herr Beckenbauer, Herr Radmann, Herr Netzer oder Herr Zwanziger auch gehört werden. Die Fraktionen machen Vorschläge. Wir verständigen uns auf eine Liste, aber ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass die Namen Zwanziger, Beckenbauer, Radmann, vielleicht auch Netzer draufstehen werden. Aber ob die Herren der Einladung folgen, das wird sich dann erst zeigen. Wir werden dann im neuen Jahr an der Sache weiter dranbleiben.